Ist Philosophie eigentlich eine Wissenschaft? Behauptet wurde das im Laufe der Geschichte der Philosophie immer wieder, aber stimmt es auch? Und wenn sie keine Wissenschaft sein sollte, was hat sie dann an Universitäten und Hochschulen zu suchen? Die Beantwortung der Frage hat also nicht nur unmittelbare philosophische oder erkenntnistheoretische Bedeutung, sondern auch eine strategische, eine politische und sogar eine ökonomische Bedeutung. Ihr werdet in diesem Video sehen, dass die scheinbar harmlose, einfache Frage nach dem Unterschied von Wissenschaft und Philosophie tief in das hineinführt, was Philosophie eigentlich ausmacht. Und genau das hat Martin Heidegger als Denken bezeichnet. Warum aber behauptet Heidegger, was nun auf den ersten Blick wirklich vollkommen absurd klingt, dass die Wissenschaften nicht denken? Darum geht es heute und um das, was Philosophie und Wissenschaften unterscheidet. Ganz bei Null fangen wir ja nicht an. Ihr kennt vielleicht bereits mein Video zur Frage, was Philosophie eigentlich ist. Das Video findet ihr hier im I. Ich mache darin unter anderem den sehr einfachen Vorschlag, wie man mit einer Faustregel prüfen kann, ob eine Aussage oder eine Frage philosophischer Natur ist oder nicht. Antwort, wenn ihr die Antwort auf eure Frage googeln könnt, dann handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit nicht um eine philosophische Frage. Beispielsweise lässt sich die Frage, was zum Beispiel so etwas Komplexes wie ein Teilchenbeschleuniger ist, gut mit Hilfe des Internet durch eine Suchanfrage beantworten. Anders aber mit der Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Oder mit der Frage, was es jetzt in meiner Situation bedeutet, gut zu handeln. Diese beiden Fragen lassen sich offensichtlich nicht durch eine Internetsuche beantworten, auch wenn ihr vielleicht bei der Suche nach einer Antwort hier im Kanal bei einem meiner Videos landet. Alles, was ihr machen könnt, ist für die Suche nach der Antwort dann einen sehr allgemeinen Rahmen, einen Frame oder auch ein Narrativ abzustecken, innerhalb dessen ihr dann nach einer Antwort suchen könnt für euch. Aber entweder bekommt ihr dann zu viele Antworten und damit keine, die ihr brauchen könnt, oder eine so allgemeine, dass sie euer konkretes Problem überhaupt nicht beantwortet. Solche Fragen sind nicht immer, aber in der Regel philosophische Fragen. Wie gesagt, das ist eine einfache Faustregel, funktioniert aber Pi mal Daumen sehr gut. Kommen wir auf die Frage zurück, ob Philosophie eine Wissenschaft ist. Offensichtlich muss man, um sie zu beantworten, einen richtigen Begriff haben von dem, was Wissenschaft einerseits und Philosophie andererseits ist. Philosophie habe ich ja gerade ein bisschen erläutert. Beides ist aber nicht mit einer Lexikondefinition zu beantworten. Um an der Stelle des Unterschieds bzw. der Beziehung von Wissenschaften und Philosophie weiterzukommen, beziehe ich mich jetzt auf einige Überlegungen des Philosophen Martin Heidegger. Sie sind weit verstreut über sein gesamtes Werk und im gesamten Werk zu finden. Vor kurzem erschien gerade der 91. Band der Gesamtausgabe mit dem Titel Ergänzungen und Denksplitter. Da findet man eine ganze Menge zu dem Thema. Und diese Gesamtausgabe von Heidegger ist insgesamt auf über 100 Bänder angelegt. Das Erstaunliche ist, dass Heidegger zumindest für mich zuweilen völlig unverständlich und verschwurbelt klingt. Und abgesehen von der Frage des Antisemitismus, die ich mal jetzt ausklammere. Andererseits aber komplizierte Zusammenhänge oft sehr einfach und verständlich auf den Punkt bringen kann, insbesondere in seinen Vorlesungen. Und so ist das auch im Fall mit Wissenschaft und Philosophie. In Wissenschaft und Besinnung bemerkt Heidegger sehr knackig, Wissenschaft ist die Theorie des Wirklichen. Und was ist wirklich? Sehr einfach, sagt Heidegger. Wirklich ist eben das, was sich als gegeben, als anwesend herausstellt. Und zwar unabhängig davon, welchen Standpunkt ich einnehme. Es ist einfach da. Das, was wirklich ist, wirkt von sich aus und drängt sich uns auf. Aber genau deshalb kann das Wirkliche auch alles andere als selbstverständlich sein. Denn es sprengt in gewisser Weise meine Vorstellungen oder unsere Perspektiven von dem, was ist. Sprichwörtlich sagt man, dass es völlig anders kam, als man gedacht hat, obwohl man gedacht hat. Um das, was wirklich ist, wissenschaftlich zu erfassen, müssen wir daher sehr methodisch rangehen. Wir haben das, was wirklich ist, zwar dauernd vor unseren Augen, aber wir sehen es noch nicht richtig. Die Wissenschaften, die wir in Form von Theorien dann formulieren, sollen uns helfen, das Wirkliche zu sehen. Der Begriff Theorie leitet sich aus dem griechischen Theoren ab, sehen. Eine Theorie betrachtet die Wirklichkeit also, sieht ihr zu und stellt ihr nach, wie Heidegger formuliert. Um am Ende sicherzustellen, dass sie die Wirklichkeit möglichst richtig und auch umfassend sieht. Und wie? Indem sie sich das Wirkliche möglichst richtig vorstellt und diese Vorstellung dann zu einer Theorie ausarbeitet. Heidegger bringt das auf die Formel, die Wissenschaft stellt das Wirkliche. Mich erinnert diese Formulierung an das Bild eines Jägers auf einem Hochsitz, der wartet, beobachtet und dann das Wild, wie die Wirklichkeit, mit einer einzigen Theorie zu erledigen versucht. Stellt. Das Wild, in dem Fall die Natur, geht dem Jäger in seinen Experimenten in die Falle. Er stellt es. Die Wissenschaft, schreibt Heidegger in Ergänzung und Gedankensplitter, stellt im Unterschied zur Philosophie eine Verengung in der Fragestellung dar. Und warum? Wieder Heidegger. Die Wissenschaft fragt nicht nach dem Seienden im Ganzen und in eins damit nicht mehr nach dem Sein, sondern lediglich nach dem Seienden. Das heißt, nach diesem oder jenem und somit auf dem Weg zu Gebieten und Bezirken. Einfacher formuliert, die Wissenschaft untersucht zwar die einzelnen Bäume, manchmal sieht sie vielleicht auch den Wald, aber sie sieht nicht, was Wald und Bäume als Ganzes hervorgebracht hat. Wissenschaft fragt nicht nach dem Ganzen. Die Philosophie hingegen betrachtet die ontologische Differenz, also die Differenz im Sein, als solche, also den Unterschied zwischen Sein und Seienden, den Einzelnen. Ein Unterschied, den die Wissenschaften, wie gesagt, überhaupt nicht thematisiert. Damit bringt sie etwas ins Spiel, das die Wissenschaften übersehen, ja übersehen müssen, wenn sie ihren Job machen. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass es Wissenschaft, so wie Menschen, immer nur im Plural gibt. Wissenschaften sind eine Mannigfaltigkeit nebeneinander geschobener Disziplinen, schreibt Heidegger. Sie verfolgen das Einzelne, untersuchen es, stellen ihm nach, und zwar auf unterschiedliche Weise, je nach Gebiet. Und dann versuchen sie es sich irgendwie richtig vorzustellen. Die alles entscheidende Arbeit, die solches Vorstellen in jeder Wissenschaft leistet, schreibt Heidegger, ist nun aber diejenige Bearbeitung des Wirklichen, die überhaupt das Wirkliche erst und eigens in eine Gegenständlichkeit herausarbeitet, wodurch alles Wirkliche im Vorhinein zu einer Mannigfaltigkeit von Gegensätzen umgearbeitet wird. Nämlich zu einzelnen Dingen, die einander oft widersprechen und einander entgegengesetzt sind. Das, was anwesend ist, das Wild in meinem Bild, das sich zeigt, es wird zu einer Theorie des Wirklichen verarbeitet, verwurstet. Dabei stellt die Theorie jeweils einen Bezirk, einen engen Bezirk, mehr oder weniger des Wirklichen, als ihren jeweiligen Gegenstandsbereich sicher, wie beispielsweise den der Physik, schreibt Heidegger. Und so entstehen die unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, die sich das, was ist, schön aufteilen in unterschiedliche Bereiche des Seinden. Das Sein aber, das Ganze, nehmen Sie nicht in den Blick. Sie sind mit einem bekannten Ausdruck Heideggers seins vergessen. Die Dinge jedoch, das Seinde, die einzelnen Dinge, werden umfassend katalogisiert und dann verteilt in die jeweiligen Gebiete. Du bist dafür zuständig, ich dafür. Du Physik, ich Biologie. Damit kommen aber auch bestimmte Zwecke ins Spiel. Denn ich zerteile ja die Wirklichkeit so, um mit meiner Theorie die Wirklichkeit möglichst effizient zu erledigen. Und zwar diesen Ausschnitt, den ich beackere. Im Übrigen gibt es für manche Arten der Zerteilung viel, für andere wenig Geld. Für einen Teilchenbeschleuniger gibt es sehr viel Geld, für neuere Geschichte weniger. Auch das spielt eine Rolle, auch wenn Heidegger es nicht eigens erwähnt. Das Ganze aber, es hat keinen Ort. Die Abgrenzung der Gegenstandsgebiete, schreibt Heidegger, Die Eingrenzung dieser Inspezialzonen reißt die Wissenschaft nicht auseinander, sondern ergibt erst einen Grenzverkehr zwischen ihnen, wodurch sich Grenzgebiete abzeichnen. Denkt dabei nur mal für einen Moment an die Grenze zwischen Nordirland und Irland. Dann wisst ihr, was ein Ereignis wie der Brexit, stellvertretend für eine Art der Wissenschaft, die bisherige Grenzziehung völlig Boris Johnson-mäßig aufmischt, für Chaos an den Grenzen sorgen kann. Zusammengefasst, Wissenschaften sind Theorien des Wirklichen. Und zwar solche Theorien, die das Wirkliche, wie im Fall der Physik, als leblose Natur in ihrem jeweiligen Gegenstandsbereich festlegen. Die Theorie kommt zwar an der Natur nie vorbei, aber die kümmert sich, wie das Wild, natürlich zum Ärger der Wissenschaften wenig darum, wo die Fallen denn nun eigentlich stehen und wer was wie in welchem Experiment misst. Das geht eben auch manchmal daneben. Aber es bleibt am Ende doch dabei, was auch immer die Wissenschaften tun, sie vergegenständlichen die Natur. Und das notwendigerweise. Schließlich wollen sie am Ende ja sagen können, sie hätten mal wieder einen tollen Fang gemacht und den dann in einer Supertheorie konservieren, festhalten. Und eine solche Theorie ist immer nur eine Vorstellung dessen, was sie, also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, gestellt haben. Und was wäre, wenn man sich jetzt eine Übersicht über das Ganze, also über die unterschiedlichen Grenzgebiete hinaus verschaffen wollte? Dann wäre man immer noch nicht wirklich bei der Philosophie, so Heidegger. Leider. Denn auch dann fehlt noch etwas ganz Entscheidendes. Der Blick, das Verständnis für das Sein, statt nur für die Summe all dieser Teile. Die Wissenschaften sind Seins vergessen, das gilt auch hier. Um diesen Zusammenhang noch besser zu verstehen, muss man sich die Wissenschaften in ihrer Beziehung und ihrem Gesamtgefüge als Ganzes mal vor Augen führen. In dieser Vorstellung vom Ganzen der Wissenschaften bleiben wir auch dann noch hängen, schreibt Heidegger, wenn wir davon ausgehen, die Vielfalt der Disziplinen in das Netz eines Systems der Wissenschaften einzufangen, um im System das Wesen der Wissenschaft zu begreifen. Allein dieses Wesen fällt uns jederzeit zwischen den Maschen des Netzes hindurch und weg. Und darum lösen wir uns aus diesem Netz. Wir versuchen auf einem anderen Weg in die Nähe des Wesens der Wissenschaften zu gelangen. Wir fragen, welches ist jener unscheinbare Sachverhalt, der sich in der modernen Wissenschaft verbirgt? Anders gesagt, was also ist das Wesen, das nackte Faktum, das, was sich da verbirgt, oder wie manche sagen würden, die wahre Natur der Wirklichkeit, die die Wissenschaften nicht nur nicht einfangen können, sondern die durch die Wissenschaften gerade aus dem Blick gerät. Heideggers Antwort darauf, das Sein. Und das Sein lässt sich eben nicht dadurch untersuchen, dass man sich einen einzelnen Gegenstand herausgreift und dann zu Tode analysiert. Trotz all ihrer Genauigkeit und Präzision entgeht den Wissenschaften etwas Entscheidendes, das aber da ist, das wirklich ist und sich auch tatsächlich zeigt. Wir brauchen also eine Methode, eine andere Methode, um das, was unmittelbar vor unseren Augen ist, tatsächlich zu sehen. Und damit befasst sich die Philosophie. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Philosophie denkt, Wissenschaft rechnet. Heidegger bringt das Verhältnis von Wissenschaft und Philosophie also sehr polemisch so auf den Punkt. Die Wissenschaft denkt nicht. Das klingt natürlich zunächst mal extrem überheblich. Und tatsächlich, als Martin Heidegger diesen Satz in seiner berühmten Vorlesung Was heißt Denken an der Universität Freiburg im Wintersemester 1951 geäußert hat, spricht er sich schnell rum und wird bis heute diskutiert. Heidegger beweist damit ein ziemlich gutes Gespür für Marketing, Eigenmarketing und Timing. Das Wissenschaftler Denken im Sinne einer ganz alltäglichen Verwendung des Wortes, das steht natürlich außer Frage. Worauf Heidegger jedoch aufmerksam machen wollte, ist etwas anderes, weniger Sichtbares, das sich in seinen Augen aus unseren Augen verloren hat. Und was ist das? Zunächst müssen Wissenschaften messen. Die Messungen, also die Datenbeute, die sie ständig erarbeiten und dann sicherstellen, sind gewissermaßen die Fallen, die die WissenschaftlerInnen aufstellen, um das, was der Fall ist, das Wirkliche, einzufangen. Und dann? Heidegger beschreibt das so, Zitat. Die nachstellend sicherstellenden Verfahren aller Theorie des Wirklichen ist ein Berechnen. Das dürfte man allerdings nicht im engeren Sinn als bloßes Operieren mit Zahlen verstehen. Zitat. Rechnen im weiteren Sinne meint, mit etwas rechnen, das heißt etwas in Betracht ziehen, auf etwas rechnen, das heißt in eine Erwartung stellen. In dieser Weise ist alle Vergegenständlichung des Wirklichen ein Rechnen. Mag sie kausal erklärend den Erfolgen von Ursachen nachsetzen, mag sie morphologisch sich über die Gegenstände ins Bild setzen, also die Erscheinungen, die Morphologie untersuchen, mag sie einen Folgen- und Ordnungszusammenhang in seinen Gründen sicherstellen. Auch die Mathematik ist kein Rechnen im Sinne des Operierens mit Zahlen zur Feststellung quantitativer Ergebnisse. Wohl dagegen ist sie das Rechnen, das überall den Ausgleich von Ordnungsbeziehungen durch Gleichungen in ihre Erwartungen gestellt hat und deshalb im Voraus mit einer Grundgleichung für alle nur möglichen Ordnungen rechnet. Das war das längere Zitat von Heidegger. Also, auch wenn es immer viel Gegenwind gab und gibt, ich halte diese Analyse Heideggers für extrem modern. Was er im Grunde genommen beschreibt, ist ja tatsächlich nicht Rechnen mit Zahlen, sondern es ist vielmehr das mathematische Verfahren, die vorgestellte Wirklichkeit in ihrer ganzen Dynamik vorauszuberechnen, also vorherzusagen. Im Grunde beschreibt Heidegger hier eine allgemeine Methode, nämlich das, was man heute Predictive Analytics nennt, voraussehende, vorausberechnende Analyse. Und das ist der gemeinsame Zug der Wissenschaften über alle Fachgebiete und Fachwissenschaften hinaus, in die das Wirkliche eingeteilt wird. So viele Vorteile dieser Umgang mit der Wirklichkeit auch haben mag, also die Einteilung in die unterschiedlichen Fachgebiete. Und ich selbst würde ja jede Zahnbehandlung heute der vor 100 Jahren definitiv vorziehen. Aber am Ende sind jedoch auch Atombomben oder die Idee der genetischen Menschenzüchtung oder die Ersetzung des Gehirns durch KI Entwicklungen, die aus diesem methodischen Umgang resultieren und dann die Existenz des Menschen selbst bedrohen. Alles, was Wissenschaften untersuchen, wird notwendigerweise objektiviert, wird zu einem Objekt, das sich nun isoliert vom Kontext manipulieren lässt, vom Sein mal gar nicht zu reden. Heidegger sah damals bereits etwas kommen, mit dem wir uns heute mehr denn je befassen müssen. Die Wissenschaft macht in gewisser Weise völlig unbeirrt und kalt immer weiter. Und das ist ihr Job. Während wir Menschen selbst jedoch in der Folge der guten Ausübung dieses Jobs immer mehr ins Hintertreffen geraten und mit uns viele andere Lebewesen auf der Erde. Die Idee permanenter Selbstoptimierung ist eine Ideologie. Auch darauf will der Satz »Die Wissenschaft denkt nicht« aufmerksam machen. Natürlich denken WissenschaftlerInnen im Sinne der Alltagsverwendung des Wortes. Heidegger hätte das nie bestritten. Denken meint hier was ganz anderes. Heidegger will sagen, dass die Wissenschaft zwar bewundernswerte Dinge erreicht, mit all den tollen technischen Folgen, die es gibt, was mal gute, mal desaströse Folgen hat. Dafür stehen der Gebrauch der Atombombe, die Umweltzerstörung oder insgesamt unser heutiger Begriff des Anthropozäns. Heidegger spricht sogar 1951 bereits explizit von der Verwüstung der Erde im Zusammenhang mit seiner Bestimmung des Denkens und dessen, was der Mensch ist und in den Wissenschaften macht. Wissenschaftler, sagt er, beschreiben die einzelnen Bäume, jeden einzelnen, jede Zelle, sie zählen und messen. Aber sie denken nicht über den Wald nach. Sie vernachlässigen das, was Heidegger das Sein nennt, nämlich den gesamten Auslegungshorizont des Wirklichen, so nennt er das. Dass sie das Ganze jedoch selbst dann nicht in den Blick bekommt, verärgert die Wissenschaften und treibt ihren Ehrgeiz noch weiter an. Stichwort Theorie von allem. Und doch bleibt dieser zentrale Verständnishorizont, der uns Menschen ja und alles Leben bestimmt, selbst unthematisiert in den Wissenschaften. Wissenschaft erfasst das Sein nicht. Die Aufgabe der Philosophie besteht nun darin, gerade das, was hier unthematisiert ist und als das Selbstverständliche ungesehen bleibt, unerschrocken in den Blick zu nehmen und zu untersuchen. Der Philosophie geht es mit Heidegger gesprochen also darum, das Sein zu untersuchen und nicht das viele Seiende und seine Erscheinungsformen. In diesem Sinne ist Philosophie durchaus eine ernstzunehmende Untersuchung der Wirklichkeit und weitaus mehr als bloße Analyse von Begriffen oder Beschäftigung mit dem, was Menschen irgendwann mal gedacht haben, also Philosophie oder Ideengeschichte. Philosophie untersucht all das, was zwar offensichtlich und in gewisser Weise selbstverständlich ist und stets mitgedacht werden muss, aber nie explizit ausdrücklich thematisiert wird, nämlich das Sein und die Auswirkung der Tatsache, dass dieses Sein ein zeitliches und damit auch ein endliches Sein ist. Diese Frage berühren die Wissenschaften, wenn überhaupt nur peripher. Sie können sich nicht einmal wirklich über sich selbst verständigen. Heidegger schreibt 1953 in Wissenschaft und Besinnung, die Physik kann als Physik über die Physik keine Aussagen machen. Es gelingt weder der Physik noch irgendeiner anderen Naturwissenschaft heute, mithilfe ihrer eigenen Methode zu beschreiben, was sie selber da eigentlich ist. Was ein Physiker macht, kann ich nicht physikalisch beschreiben. Es gelingt den Wissenschaften nicht einmal zu verstehen, was der Mensch ist, der lebt und all diese verschiedenen Methoden jetzt anwendet. Tatsächlich gibt es bis heute keine physikalische Theorie des Physikers, der Physik betreibt. Was man macht, wenn man wissenschaftlich arbeitet, lässt sich jedoch umfassend erst dann verstehen, wenn man nicht nur beobachtet oder experimentiert und auswertet, sondern wenn man, im Sinne Heideggers, vom Rechnen im weitesten Sinne zum Denken übergeht. Was Physik oder was der Mensch, was der Sinn von Sein ist, kann man nicht errechnen. Man muss es denken. In Was heißt Denken schreibt Heidegger, und mit dem Gedanken will ich schließen, Das ist für das gewöhnliche Vorstellen ein anstößiger Satz. Sie denkt nicht, weil sie nach der Art ihres Vorgehens und ihrer Hilfsmittel niemals denken kann. Dass die Wissenschaft nicht denken kann, ist kein Mangel, sondern ein Vorzug. Er allein sichert ihr die Möglichkeit, sich nach der Art der Forschung auf einen jeweiligen Gegenstandsbereich einzulassen. Lassen wir dem Satz seinen anstößigen Charakter, schreibt Heidegger. Warum? Na, weil dieser Satz in Erinnerung ruft, dass wir das Denken, also die Philosophie, brauchen, um die Wirklichkeit zu verstehen. Die Wissenschaft bleibt in den Worten Heideggers wie jedes Tun und Lassen des Menschen auf das Denken angewiesen. Allein die Beziehung der Wissenschaft zum Denken ist nur dann eine echte und furchtbare, wenn die Kluft, die zwischen den Wissenschaften und dem Denken besteht, sichtbar geworden ist, und zwar als eine unüberbrückbare. Es gibt von den Wissenschaften her zum Denken keine Brücke, sondern nur den Sprung. Wohin er uns bringt, dort ist nicht nur die andere Seite, sondern auch eine völlig andere Ortschaft. Zitat Ende. Wie diese andere Ortschaft aussieht, das hat Heidegger sein gesamtes Leben lang immer wieder auszuloten versucht. Ob es ihm gelungen ist, eine Art Praxis oder wie man heute sagen würde, Kulturtechnik damit zu beschreiben, diese Frage wird leider nur selten gestellt und ich selber bin der Ansicht, dass Heidegger sie nicht beantwortet hat, außer eben mit dem Hinweis auf all das, was Denken in seinem Sinn auszeichnet. Die Ortschaften, in denen wir ja alltäglich leben, zu verstehen und auszuleuchten, kurz sein, in der Zeit zu erfassen, das ist und wird euch nicht überraschen, eine unabschließbare Arbeit. Sie aufzunehmen, ihre Notwendigkeiten, vor allen Dingen auch ihre Bedeutung für unser Leben zu erkennen und notfalls mit Nachdruck auch gegen die Naturwissenschaften zu behaupten, auch an Universitäten, auch an Hochschulen, heißt zu philosophieren und zu philosophieren ist und bleibt etwas anderes, als im Sinne der Wissenschaften, wissenschaftlich zu arbeiten. Wenn es euch gefallen hat, weitersagen und wenn ihr es noch nicht getan habt, gern abonnieren und damit Tschüss.